Musik Blau unterm Baum, vor dem großen Schlemm geht's feucht-fröhlich zu in der Hagener Innenstadt. Hier bin ich jetzt drin, ey, ne? Hast mal Grüß, Tönigshagen! Eine schöne Tradition, der weihnachtlichen To-Do-Liste zu entkommen und sich für den Start in die Feiertage einen mehr oder weniger großen Kater zuzulegen. Viele würden anders gar nicht erst in die richtige Feiertagstimmung kommen. Und es sind nicht nur Hagens Basketball-Begeisterte am Phoenix-Stand. Auch Basketball-Abstinenzler sind herzlich willkommen auf dieser ganz besonderen Phoenix-Familienfeier. Die ganze Stadt steckt deftig Alarm. Statt Doppel-Dribbel-Doppelt-Picheln die Defense einfach Defense sein lassen. Fast-Break zum amtlichen Schwipps. Auch Haspa-Sports-Freunde und BG-Fans, ganz besinnlich, wünschen Phoenix viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Einer für alle und alle für einen. So ist das in Hagen. Blau unterm Baum ist auch das große Wiedersehen. Schulkollegen, Jugendfreunde, Exilhagener aus allen Ecken der Weltgeschichte. Alle folgen liebend gerne der Einladung von Phoenix Hagen. Ich wünsche allen Phoenix-Fans frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin hier mit meinen Kumpels bei Blau unterm Baum, wie jedes Jahr. Hoffen wir mal, dass im nächsten Jahr die Leistung genauso gut bleibt, jetzt wie jetzt. Im Moment kann man ja nicht meckern, eigentlich auch nach der Bayern-Niederlage. Aber genau, apropos, wir fahren Donnerstag nach Ludwigsburg, wenn das Video bis dahin hochgeladen ist. Wir brauchen noch zwei Leute. Dass Phoenix in die Playoffs kommt, das wäre das beste Geschenk zu Weihnachten. Und schöne Grüße an die ganze Mannschaft. Jetzt kommt Ludwigsburg, das ist wichtiger. Die stehen hinter uns, das Spiel müssen wir gewinnen. Dann zu Hause gegen Bonn, auch sehr wichtiges Spiel. Da holen wir die Punkte. Auf Phoenix! Auf Phoenix! Auf den Sieg gegen Bonn! Und dann sieht der Start ins neue Jahr wieder besser aus. Frohe Weihnachten an Speedy! Schönen Gruß, Speedy! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute, Speedy, an unseren Kameramann! Frohe Weihnachten! Da wünsche ich einfach dem Feuervogel ganz weiterhin viel Erfolg. Und das ist einfach auf diesen Stufen weitermachen, das einfach weiter im Berg aufgeht. Und die Leute einfach dahinter stehen, weiter. Wir gehen seit, ich weiß nicht, geführten 100 Jahren zu Phoenix und wünschen denen weiterhin alles, alles Gute fürs neue Jahr. So, wer fährt mir jetzt? Frohe Weihnachten, Phoenix-Tage! Ist das der Mesut oder sieht er ihn nur ähnlich? Danke jedenfalls für den Weihnachtsgruß. Und auch der Phoenix-Fanclub Tornados will Wünsche für das Team loswerden. Zu den Wünschen dann auch noch ein ganz besonderer Dank an Phoenix-Geschäftsführer Olli Herkelmann. Danke an Olli für den Bus, den wir kriegen nach Ludwigsburg. Also echt, ne, Prost! Ich trinke auch dich heute mein Bier und vielleicht sehen wir uns... Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in Ludwigsburg. Ne? Bis Donnerstag. Blau unterm Baum. Mal wieder ein großes Fest. Und das wünscht das ganze Team von Feuervogel TV jetzt auch allen Phoenix-Fans. Frohe Weihnachten! Tschüss hier!